Das Musée d'un moderne Grand-Duc Jean wurde 2006 eröffnet und ist das wichtigste Museum für zeitgenössische Kunst in Luxemburg. Es ist gebaut worden vom chinesisch-amerikanischen Architekten Yu Ming Pai und gilt als eine seiner drei Referenzbauten im Bereich Museumsbauten in Europa. Die Sammlung ist die wichtigste Sammlung zeitgenössischer Kunst in Luxemburg. Sie besteht aus ca. 750 Werken aller Formate, aller Formen und Medien von Künstlern aus der ganzen Welt. Aber wir haben natürlich auch eine Referenzsammlung luxemburgischer Kunst. Wir versuchen in unserer Arbeit wirklich ein Referenzmuseum für zeitgenössische Kunst zu sein und dies einem breiten Publikum zu vermitteln. Das machen wir innerhalb von Workshops, von Führungen. Wir arbeiten mit sehr viel Schulen zusammen und wir versuchen alle Facetten zeitgenössischer Kunst zu erklären. Und wir versuchen auch eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen, indem wir wirklich inklusiv sind. Wir sind offen, wir sind divers, wir versuchen auch mittlerweile nachhaltig zu arbeiten. Und so einen wichtigen Beitrag auch zur Geschichte zu leisten. Und wir können, dürfen nicht vergessen, wir arbeiten mit zeitgenössischen Künstlern, die sich eben auch all diesen Themen widmen. Und wir versuchen wirklich ein offenes Haus für alle Besucher zu sein.